Was ist eine Schilddrüsenschwellung? Eine Schilddrüsenschwellung ist ein medizinischer Zustand, der auftritt, wenn sich die Schilddrüse, eine kleine Drüse im Nacken, entzündet und an Größe zunimmt. Diese Schwellung wird oft als Kropf- oder Thyraeuditis bezeichnet. Wenn die Schwellung ausgeprägt ist, kann sie als Knoten am Hals empfunden oder gesehen werden. Es gibt viele Ursachen für eine Schilddrüsenschwellung. Ernährung, Schwangerschaft und bestimmte Medikamente können zu relativ harmlosen Strömer führen. Im Allgemeinen sind diese Bedingungen vorübergehend und können oft schnell behandelt werden. Die Schilddrüse benötigt Jod, um bestimmte Hormone herzustellen. Wenn eine Diät nicht genügend Jod enthält, kann die Schilddrüse überarbeitet werden und dadurch anschwellen. In diesem Fall ist die Erhöhung der Jodaufnahme in einer Diät im Allgemeinen die einzige erforderliche Behandlung. Wenn der Jodmangel schwerwiegend ist, können kleine Dosen Kalium-Jod vorgeschrieben werden. Frauen, die schwanger sind, werden in seltenen Fällen leichte Schilddrüsenschwellungen bemerken. Während der Schwangerschaft produziert der Körper ein Hormon namens humaniskoriongonadotropen. Das Hormon kann die Schilddrüse reizen und einen kleinen bis mittelgrößen schmerzlosen Kropf produzieren. Oft ist keine Behandlung erforderlich und die Schilddrüse nimmt kurz nach der Geburt wieder ihre normale Größe an. Medikamente wie Lithium und Aminoglutitimid können eine Schilddrüsenschwellung verursachen. Selten erfordert diese Art von Kropf ein Eingreifen. Wenn die Schwellung lästig wird, passen Ärzte die Dosierung der Medikamente gelegentlich an oder ändern die Medikamente vollständig. Es gibt Gelegenheiten, in denen ein Kropf auf einen ernsthafteren Grundzustand hinweisen kann. Eine durch einen Knoten in der Schilddrüse verursachte Schwellung ist häufig ein gutartiger Tumor oder eine gutartige Zyste, in seltenen Fällen kann es sich jedoch um einen Krebstumor handeln. Im Allgemeinen werden Ärzte eine Biopsie anordnen, um die Ursache des Knotens zu bestimmen und ihn dann entsprechend zu behandeln. Morbospasedo tritt auf, wenn die Schilddrüsehormone überproduziert und eine Schilddrüsenschwellung manchmal auf diesen Zustand hinweist. Wenn die Schwellung eines Patienten von anderen Symptomen wie Gewichtsverlust und Schlaflosigkeit begleitet wird, wird der Arzt häufig auf erhöhte Hormone im Blut testen. Wenn die Hormonspiegel hoch sind, ist ein Test zur Aufnahme von radioaktivem Jod erforderlich. Während die zugrunde liegenden Ursachen schwerwiegend sein können, ist die tatsächliche Schwellung oft schmerzlos. Sofern der Kropf keine Atem- oder Schluckbeschwerden verursacht, ist eine Behandlung der Schilddrüsenschwellung im Allgemeinen nicht erforderlich. Erhöhter Husten, Heiserkeit oder extreme ästhetische Probleme können einen Eingriff erfordern. Behandlungen für Schilddrüsenschwellungen umfassen Medikamente, Operationen und die Behandlung mit radioaktivem Jod. Medikamente zur Verringerung der Schwellung werden am häufigsten verschrieben. Aspirin- und Corticosteroid-Medikamente behandeln nur die Schwellung, ohne die Ursache anzusprechen. Lefothyroxin verringert die Produktion bestimmter Schilddrüsenhormone und kann das Wachstum verringern? Sowohl eine Operation als auch eine Behandlung mit radioaktivem Jod reduzieren die Größe der Schilddrüsenschwellung, indem ein Teil oder die gesamte Schilddrüse entfernt wird. Bei der Behandlung mit radioaktivem Jod wird eine mit radioaktiven Remikalien gemischte Jodkapsel eingenommen. Das Jod wird dann von der Schilddrüse aufgenommen, wodurch ein Teil der Drüse zerstört wird. Die chirurgische Option ist invasiver, kann jedoch auf einen bestimmten Bereich der Drüse gerichtet werden. Diese Optionen erfordern häufig, dass der Patient Hormonersatzmedikationen auf unbestimmte Zeit einnimmt.